Durch mein Objektiv habe ich vieles gesehen, vieles erlebt. Erinnerungen, die bleiben. Ja, man könnte sagen, mein Leben ist ereignisreich. So klar wie mein Licht diese Erinnerungen projiziert, so gut kann ich mich auch an den Beginn meiner Karriere erinnern. Aber fangen wir von vorne an. Als ich von meinem ersten Job zurückkam, wurde ich von Lars empfangen. Sie stellten mich mit etwas Mühe auf das Case. Die Veranstaltung war ganz schön anstrengend und ich war erschöpft. Ich sollte jetzt von außen und innen bis aufs kleinste Detail geprüft werden. Das machte mich etwas nervös. Als mir Sven dann auch noch genau ins Gesicht leuchtete, wurde ich nur noch nervöser. Am Ende war alles halb so schlimm und mittlerweile ist der Prozess für mich zur Routine geworden. Die Jungs wissen, was sie tun. Ich kann ihnen blind vertrauen. Ich fühlte mich nach der Kontrolle sogar besser als je zuvor. Geprüft, gereinigt und gewartet, wurde ich dann auch wieder ins Lager gebracht. Naja, und hier wären wir. Ich bin gespannt, was als nächstes auf mich wartet. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Untertitelung des ZDF, 2020